Yo, liebe Malonzo Gang, heute reagieren wir auf Springteufel, wir sind Mainzer. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Lied, liebe Leute. Ich habe natürlich vor dem Video Springteufel angefragt, ob ich auf das Ganze reagieren darf. Ja, die Band hat mir auf jeden Fall zugestimmt, also Grüße gehen auf jeden Fall raus an Springteufel. Freut mich auf jeden Fall. Liebe Leute, falls ihr neu seid auf dem Kanal, lasst gerne ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen und ich würde sagen, wir starten rein. Natürlich habe ich mir das Video ausgewählt. Ja, liebe Leute, wir geben uns das Ganze einfach mal. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir starten rein. Springteufel, wir sind Mainzer. Abfahrt. Ich bin wirklich gespannt, ehrlich. Wir starten rein, ich bin gespannt. Bisschen schlechtere Qualität, aber ich finde, das ist nicht so schlimm. Fängt schon mal cool an. Ganz laut natürlich. Gefällt mir. Gefällt mir der Sound. Also da muss ich schon direkt lächeln. Es gefällt mir. Ohne Scheiß. Das ist direkt auf dem Level bewege ich mich sehr gut. Und es hat irgendwie coolen Humor. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Gefällt mir schon. Rot, weiße Bahnen. Die lassen uns verahnen. Die Mainzer, ja, die Mainzer, die sind hier. Ja, hier. Habt ihr es noch nicht bemerkt, Dass hier der FSV reagieren. Der FSV und der FSV. Dann fern wir, wir sind Mainzer. Ach, uns alle Mainzer. Schatten uns erbrücken. Geile Zeit. Wir sind der Bahn und wir sind gut. Wir sind Mainzer. Ach, uns alle Mainzer. Steigen euch in Fußball. Oder, 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 oder. Objektiv. So. Geiler Sound. Geiler, geiler Sound. Ihr müsst mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Band kanntet. Oder ob ihr sie jetzt auch durch die Reaction erst kennengelernt habt. Aber mir gefällt der Sound schon mal sehr gut. Wirklich, Props an euch Jungs. Wirklich, das ist eine geile Sache. Ob sie jetzt in der Besetzung immer noch sind, weiß ich nicht, weil das Video ein bisschen älter ist. Aber, ähm, ja. Wir haben ja Connections auf Facebook. Deswegen kann man sich da natürlich noch austauschen drüber. So. Auf jeden Fall. Props. Ehrlich. Gefällt mir. Sehr professionell auf jeden Fall. Sehr cool. Draußen vor dem Stadion, da steht der weiße Mob. Wartet auf die Gegner und haunt sich die Ecke. Ja. Hier unter elf sind wir der zwölfte Band und stimmen deshalb gleich ein kleines Liebchen an. Denn wir sind einsam. Ist halt Pass die Mucke. Ach, uns alle einsam. Stackel unter Brücken. Genial. Oh, in der Wahl uns bist du. Wir sind einsam. Ach, uns alle einsam. Schlaget euch den Fußball. Oder vor der Wahl uns bist du. Wir sind einsam. Ach, uns alle einsam. Stackel unter Brücken. Oder in der Wahl uns bist du. Wir sind einsam. Gefällt mir. Ehrlich. Gefällt mir richtig gut. Es wird wirklich, es wird immer geiler. Vor allem dieser Chorgesang. Wenn die alle Jungs zusammen singen. Das ist schon, es klingt einfach nur geil. Einfach hammermäßig. Auch gespielt. Professionell. Top. 1A. Gefällt mir. Ohne Scheiß. Schlagt mir weiter solche Sachen vor, Leute. Ich mache nochmal eine Runde Springteufel. Und dann feiern wir zusammen. Okay? Halt uns alle weiter zusammen. Starker als Fußball. Oder vor der Wahl uns bist du. La, la, la. La, la, la. Das ist ein Humor. Top Ehrlich Auch geil Geil, 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 geil Also hier steht nochmal Aufgenommen In irgendeinem Keller Auf jeden Fall geiles Lied Mehr kann ich dazu nicht sagen Ja Leute, das war Springteufel, wir sind meinser Ich hoffe euch hat das ganze gefallen Ich würde schon sagen, vom Ding her Aufrufzahlen her ist das ihr Erfolgreichstes, so wie ich das Beurteilen kann, aber falls ihr noch Irgendwelche Springteufelsongs habt Die ich vielleicht nochmal hören soll Dann schreibt sie in die Kommentare Dann machen wir das auf jeden Fall Geiler Humor, Partylaune, kommt auf jeden Fall rüber Ist geil, das gefällt mir, sowas gefällt mir Wirklich, falls ihr noch andere Bands Kennt, die genau den gleichen Sound haben, schreibt es gerne in die Kommentare Was haben wir zu verlieren Wir haben nur neue Bands Zum Kennenlernen Falls es euch gefallen hat Lasst doch einen gerneen Like da Abonniert gerne den Kanal Um nichts zu verpassen Oder um keine runde Springteufel Nochmal zu verpassen Würde mich freuen Für die 1000 Abonnenten In dem Sinne würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Reaction Video wieder Bis dahin Habt noch einen positiven Tag Bis dahin 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 Bis dahin